Ja, moin Leute, ich hab mich eben gefragt, wo ist mein Mikro? Heute ist die letzte Folge der ersten Staffel Aliens in, warte, da steht's, Hamburg drauf. Bitte reinklicken, bitte, bitte, bitte. Die ist so geil, dramatische Szenen, jemand versteckt glatt am Essen, also es ist wirklich dramatisch. Bitte abonnieren, bitte kommentieren, unbedingt, diese ist Aliens in Hamburg, diesen Channel, es kommt noch so viel mehr, es wird so geil. Ganz kurz zu Alex hier, das Cage, das Cage, das schließt, nachher sagt Mel, muss er alles versetzen. Ja, lieber Alex, die Einnahmen, damit könntest du auf der Bank einzahlen bei der Indy Bar und den Dispo hochsetzen auf 25.000. Wie sieht's damit aus? Einfach nur mal ein Trick. Oder du gehst zur N26 und setzt den Dispo auf, wenn du 10.000 Euro Einnahmen hast, dann ist der Dispo dann mindestens das Doppelte oder das Zweifache.